Warum gehen immer die beiden unteren Bandscheiben kaputt? Mein Name ist Dr. Christian Behrendt und ich werde dir heute die Antwort liefern. Ja, die meisten haben ja Probleme zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel, also zwischen L4 und L5 oder zwischen dem fünften Lendenwirbel und dem Kreuzbein, also L5 ist 1. Und gehen wir mal davon aus, es wäre alles normal, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwas da verknöchert oder falsch angewachsen, sowas gibt es natürlich auch, angenommen die Wirbelsäule ist ganz normal. Dann ist es ja eigentlich verwunderlich, dass immer nur diese beiden Bandscheiben kaputt gehen. Es könnten ja auch die da drüber kaputt gehen, 3, 4, 1, 2, 2, 3, egal. Es gehen meistens die unteren kaputt und das hat einen Grund. Und es hat nichts mit dem Gewicht zu tun, denn das trifft ja auch schlanke Menschen ganz genauso. Man könnte ja sagen, gut, der ist halt sehr schwer und unten kommt am meisten an. Aber ob das Gewicht nun mit so einem Abstand zwischen der dritten und vierten und dem vierten und fünften Lendenwirbel einen Unterschied macht, das würde ich eigentlich auch nicht sagen. Also, es hat einen anderen Grund. Und diesen anderen Grund, den erkläre ich dir hier. Es hat nämlich mit Gewicht oder sowas oder der Arbeitsbelastung überhaupt nichts zu tun, sondern es hat etwas damit zu tun, was an diesen Wirbeln befestigt ist. Und an diesen Wirbeln ist was befestigt und das nennt sich Muskulatur. Und die zeige ich dir jetzt. Ja, die unteren beiden Lendenwirbel, das sind ja diese beiden. Und dazwischen sind die Bandscheiben 4, 5 und 5S1. Und hier sieht man auch schon so einen Bandscheibenvorfall und es hat einen Grund. Hier an der Seite, da sieht man diese Fortsätze, die Querfortsätze der Wirbel, hier auch. Und an diesen Querfortsätzen, da setzen ganz, ganz wichtige Muskeln an. Und diese ganz, ganz wichtigen Muskeln, das sind die Hüftbeugemuskeln. Das ist der Muskel des Psoas oder Iliopsoas. Der geht von der Hüfte hier unten, von diesem Knochen hier unten, von diesem Ansatz, von dem kleinen Rollhügel geht dieser Muskel einmal hier hinten an die Wirbelsäule, ans Becken natürlich auch, aber vor allem eben hier an die Querfortsätze. Das zeige ich dir jetzt mal, wenn ich hier mit einem Band, das mal hier rumlege. So, das hier ist im Prinzip dieser Hüftbeugemuskel. Und dieser Muskel ist durch das viele Sitzen seit unserer Schulzeit sehr stark verkürzt. Und wenn wir durch das viele Sitzen eben, ich demonstriere das hier mal, diesen Muskel auf diese Länge hier konditioniert haben. Das heißt, er hat sich gewöhnt an diese Sitzposition. Und wenn wir dann aufstehen, dann kommt es dazu, dass es hier zu einem sehr, sehr starken Zug kommt. Und wir eben hier diese unteren beiden Wirbeln gegeneinander pressen durch diesen starken Muskelzug. Und das ist der Grund, warum diese beiden Bandscheiben kaputt gehen. Und es gibt zwar immer noch Fasern dieses Muskels, die bis hier hochlaufen, aber die sind einfach nicht mehr so stark, wie diese Fasern hier unten, hier unten diese Bandscheiben zerquetschen. Und das ist der Grund, warum die beiden unteren Bandscheiben eben eher kaputt gehen, weil wir da diesen starken Muskelzug durch diesen Hüftbeugemuskel haben. Das betrifft die anderen Muskeln eben nicht. Und deshalb ist hier unser Hauptproblem. Also zusammenfassend, der Hüftbeugemuskel, der ist seit unserer Kindheit verkürzt, weil wir eben auf Stühlen sitzen und nicht mehr, wie die Natur das vorgesehen hat, in der Natur hocke. Wenn wir dann aufstehen, kommt es zu einem starken Muskelzug dieses Muskels und der zerquetscht an dieser Stelle die Bandscheiben. Und das ist das Problem, warum diese Bandscheiben kaputt gehen. Die Hauptschuld für die Abnutzung der Bandscheibe trägt also nicht zum Beispiel das Übergewicht. Das hat vielleicht einen kleinen Anteil an dem Ganzen. Das Hauptproblem liegt eben in dieser verkürzten Hüftbeugemuskulatur. Entstanden ist, dass viele sitzen schon in der Schulzeit oder seit der Schulzeit. Das Büro und alles weitere trägt natürlich dazu bei. Und wenn wir das loswerden wollen, wenn wir die Schmerzen loswerden wollen, und wenn wir die Bandscheibe wieder gesund machen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Bandscheibe entlastet wird von diesem Druck durch die Muskulatur. Und dafür müssen wir den Muskel erst dehnbar machen. Dehnbar macht man einen Muskel dadurch, dass man den Muskelansatz möglichst lange drückt. Und der zweite Schritt ist, wir müssen das täglich dehnbar halten. Wir müssen also den Muskel jeden Tag dehnen. Außer natürlich, wenn du ein bisschen nicht so gerne Übungen machst, dann müssen wir gucken, dass wir das Ganze in dein Leben einbauen, dass wir möglichst viel im Laufe des Tages die Hüfte überstrecken und den Psoas so ein bisschen dehnen. Einfach beim täglichen Arbeiten, vielleicht an einem Stehschreibtisch, dass wir einfach damit etwas überstreckter Hüfte stehen und damit einfach immer ein bisschen eine Dehnung auf diese verkürzte Hüftbeugemuskulatur bringen. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast, gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Würde mich freuen, mit dir über dieses Thema zu diskutieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Sturfdog, Dr. Christian Behrend.